Wir zeigen Ihnen die jüngste Innovation aus dem Hause Naturinform, die kernige Naturlinie mit edler Holzoberfläche und geprägter Struktur. Diese Diele wird in einem neuartigen Produktionsverfahren hergestellt, bei dem am Ende der Extrusion eine zweite Farbe beigemischt wird. Diese Farbe verläuft nach dem Zufallsprinzip. Und so entsteht mit jeder Diele ein Unikat, das sich von echtem Holz kaum unterscheiden lässt. Wir fertigen die kernige Naturlinie in drei attraktiven Farben. Bernsteinbraun, Kastanienbraun und Grafikgrau. Neben der edlen Holzoptik bietet unsere Massivdiele alle Vorteile, die der Rohstoff WPC bieten kann. Sie ist eine angenehme Barfußdiele, extrem strapazierfähig, pflegeleicht und natürlich splitterfrei.